. Alles gut? Ja, jetzt bin ich froh wieder. Ohne Wehe ist super. Ich bin voll mit Pizze. Ja, aber ich sitze gerade damit schnell, wie man meint. Ja, ich sitze gerade. So, ich sitze gerade noch. So. Schöne Ruhe bitte. Ich finde einen Kocker noch nicht. Ich kann es einfach da drin. Eine feine Recherung? Ja. Brauchst du nicht? Ja, ja, nein. Das ist eine feine Recherung. Das ist eine feine Recherung. Ja, das ist eine feine Recherung. Ja. Aber jetzt kann ich mir gut machen, ich glaube. Ja. Ja. Das ist eine feine Recherung. Ja. 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 Das ist mega schnell. Ja. 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 So, dann nehmen wir den Zucker bitte. So, dann nehmen wir den Zucker. Das ist sehr schnell gekommen, oder? Ich sehe den Lule. Den Tisch ein bisschen tiefer, bitte. Ja. Den Tisch ein bisschen tiefer, bitte. Ja. Können wir den Kopf stellen dann noch? Ja. Können wir auch noch etwas drücken? Jetzt schon. Nein, aber nachher, dass es ein Reiboot ist, das ist schon. Wir müssen schon noch warten, gell? Ja, sie sind auch betreffend. Also, wir müssen noch raus, aber nicht. Warte mal, nicht. Warte mal, nicht. Ja. Das ist super, das ist ein Problem. Ja. Ja. Wenn ich noch helfen, dann ein bisschen dicken, das merkt man. Ja. Wenn ich noch helfen, dann ein bisschen dicken, das merkt man. Ja. 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 Jetzt können wir drücken. Ja? Ja. 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 Ja so. Ja, ja so. Ich bin da. Ja. Weibli? Nein wirklich. Die Flasche Wein. Haben wir gewählt, oder?